Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal gibt es Fortnite, so kurz vor dem neuen Jahr. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen ganz, 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 ganz guten Rutsch des neuen Jahr. Ich hoffe, ihr kommt alle gut rein. Bei mir sind sie schon ordentlich am Ballern. Ich hoffe, sie sind jetzt kurz ruhig in der Zeit, wo ich das hier mal eben mache. Auf jeden Fall habe ich ein kurzes Spiel für euch mit dem neuen Item und mit dem neuen Ort bei TheBlock. Und ich dachte, ja, das kann ich mal hier zusammen schnibbeln. Das war eine ganz coole Runde eigentlich. Und auf jeden Fall geht es im neuen Jahr mit Ark weiter. Ich habe davor, ein neues Projekt zu machen. Da bin ich jetzt gerade in der Zeit, wo ich das hochlade, ein bisschen dran am Werkeln, wie ich das Ganze mache und so. Das wird auf jeden Fall ganz cool, weil das ist immer ein bisschen schwierig, Extinction aufzunehmen, wenn nicht alle Leute da sind. Das ist immer ein ganz schwieriger Hase und deshalb mache ich wahrscheinlich ein bisschen was alleine so nebenbei, damit auch regelmäßiger was kommt. Weil das fände ich immer ein bisschen schade, wenn so wenig kommt. So, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, das wäre super lieb von euch. Und komm, gutes Neujahr. Tschüssi. Ich würde nügen, wenn ich sagen würde, ich habe eine Waffe. Oh, jetzt habe ich eine. Hey, was geht's noch? Wo ist der Affe denn? Wo ist der Affe denn? War die aus dem ganzen Team, ne? Finde schon wieder weg. Ich habe mal die Kippsgranaten geworfen. Was ist der Affe genommen? Lange oder so ein bisschen? Wo ist der Affe denn? Wo? 20, wo? 20, das ist böse, ne? Oben am Dach. Hab ich. Hier, fahr'n Stück. Ich muss den da ranpägen, wo in die Richtung bauen. Okay, lass mich. Oh, wow. Oh, hier ist einer. Hier ist ein ganzes Team. Oh, ich werde von hinten gelasert, man. Ich werde komplett gelasert. Hello? Hab ihn? Der andere ist hinter mir. Ja, okay. Oh, hab ihn. Aber ich bin selber fast tot. Sind die tot alle? Die beiden sind hier tot, ja. Aber ich bin halt auch fast tot. Äh, nee. Okay, ich muss nur gucken, ob die Medkit haben. Ah. Ich muss Tone. Die haben 13 AP. Nein! Oh mein Gott. Das schaffe ich nicht. Ich hole, ich hole, ich hole. Alles gut. Oh, neben mir ist einer. Oh nein. Ich hab's gelockt. Bleib stehen! Natürlich fliegen wir auch genau auf die drauf, ne? Oh, hat geklappt. Ja, irgendwie. Ich hatte echt gutes Loot, so ne Kacke. Ich hab die scheiß A-Jeder liegen. Vor uns ist einer. Ja, der ist bei dir, Raghi. Oh, ich tanze. Hab ihn. Oh, nice. Nice. Ich kann nicht bauen wegen dieser Scheiße. Oh, ich tanze. Du, Raka. Da. Oh, der ist schon knocked. Oh, loo. Ist direkt einer vor mir. Direkt einer vor mir, ein Panda-Bear. Oh, der wird aber gelasert von irgendjemandem. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hier sind welche vor mir. Oh, das ist der denn. Ich hab ihn. Nice. Da vorne ist der nächste. Wo? Direkt vor mir. Ah, ich seh. Hab so'n Ding geworfen. Ich hab ihn. Ah, das ist noch einer. Ich hab hier hinten noch einer. Hier kommt noch welche. Da, wo ich seh die nicht. Hat er. Also, ich werd die hier hinten schnell looten. Oh mein Gott. Ist da eine bei dir? Hab ihn. Nice. Pass auf, Zone kommt gleich, Leute. Oh, wow. Oh, ich kann die Boys nicht mehr looten, oder? Kann ich? Ja, kann ich. Oh, hier sind ein paar Bände. Die muss ich mit dem. Bände? 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 Ich seh ein Jump Head. Habt ihr das Verbände? Ja. Das ist ein Jump Head aufgebaut, oder nicht? Hier ist schon immer. Da ist eins aufgebaut. Direkt vor dir ist eins aufgebaut. Hier habe ich nicht. Hier vorne. Es steht eins. Oh, direkt vor uns ist einer auf dem Feld. Hit. Pass auf, Grad, na. Oh, nice. Oh, wer hat diese Scheiß-Boxer eingeworfen? Boah, das Ausnahmsweise nicht. Greiß, die Geheiz. Low. Ich hole den Hardner wieder. Oh, er ist tot, er ist tot, aber das war nicht ich. Kommt einer geflogen, kommt einer geflogen. Ja, bei mir. Hard Hit. Dann noch ein Hit. Hab ihn. Nice. Da kommt ein Cloak Shadow mit. Oh, mein Gott. Der ist da. Okay. Schon wieder so ein Ding, Mann. Ich trau, dann. Hab ihn. Hab ihn. Ich würde sagen, gar keine Schuld. Ich kann ja auch nicht bauen. Hab ihn. Oh, nice. Zweimal. Einmal nur noch. Oh, Junge, ich kann ja... Oh, es bricht alles. Ich werde gleich so gesnipet, ne? Es ist nur noch einer. Junge, das ist die beste Runde des meines Lebens, die ich jetzt spiele. Ich kann gleich... Ich meine, der auch. Ich habe Leukles. Ich kann gleich Verbände abgeben. Ja, bitte. Ja, ich kann... Ich nehme noch zwei Stöcke, das Schöpfchen. Hier, Minis. Ich glaube, Hauke braucht mehr. Ja, ich habe Minis. Hauke, was ist denn da? Oh, Entschuldigung. Nee, ich leg einfach alle hin. Ein Sicker. Machst du das auch wieder zu? Ja, ich gucke gerade. Irgendwo da hat einer geschossen. Ja, da. Ja, das ist wie. Hat einen Hit. Brauchst du noch einen Mini, Ratner? Nee. Ich glaube, der ist ein bisschen lost. Ich will nichts sagen. Wo ist der denn? Da oben. Rechts am Berghoff. Eben bei dem Holz? Ja, da oben. Bei dem gebauten. Oh, kann ich da nicht bauen. Oh, ich falle erst mal runter. Oh, Juri. Diese scheiß Box. Er hat einen Hit. Oh mein Gott. Diese Box hat mich den Berg runtergeschmissen. Hab ihn. Was? Oh, Juri. Diese scheiß Box. Oh. Oh, Junge. Passiert habe ich. Wie viel hast du? Acht. Ich hab sieben, Alter. Und Ratner? Ich hab die Boxen geworfen. Hahaha.